eine mutter und sein habe ich jetzt gar nicht gesehen ob ich ihn aufgehoben habe ja den habe ich auf ja und sein und und die kamen und stein und du bist fett? oh ganz ne wir bewegen uns noch nacken wenn nacken ist ey äh waffenschaden was haben wir hier drin? unni was verliegen gelassen hat ja 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 flash blöck check ich komme ehh wir können doch darüber reden check ihn jetzt ich bereite dich wirklich für Sachen dann mach auf wie mehrere brauchst du eigentlich für hütige? oh guck mal Fische ja und jep wo voll grenzschaden drin siehste es? mhm oh hallo spacki jenki hehehe du hättest sagen sollen dass du hier bist hallo hallo märif hallo 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 hier ist ein klo hallo oh oh hallo ich weiß es nicht was machst du jetzt mit mir? hey nichts ich hab nur ein bisschen mit dir gespielt das ich hab nachgedacht es gibt einen weg zurück auf die helios Ich ergebe mich! Ich hätte dich leben lassen! Das war voll wie kalt in mich. Ich habe Warte. ich eine armee also hier zu springs spring ich bin schneller verdammt spieler wir sprechen eben abgebrochen haben da du nicht durchs reisen springs ich habe gerade nur lecks kapitel 5 kapitel 5 keine ahnung darf ich reisen darf ich mach doch ich bin der goldene bagger steig in die send hier wieder hingehen hallo auf der karte war das nicht angezeigt da diezung die sie bekommen bestimmt diese einen fahrzeuge ach was sehe den reisen ich dumm ja das bist du das stimmt ja ich passe jetzt auf dass wir nicht darunter fliegen wir müssen irgendwie rüberkommen die sind bestimmt diese ein fahrzeug die da waren dabei wird end wie ist ein anderer eine ahnung ja ich wollte eigentlich auch da oben lang ich wollte dann den da oben hin alter mondfahrzeug was ist denn jetzt hier achte wie es sind da weiß dass das sind das sind die ganze zeit nebenmission müssen hier um sagst du das nicht können wir hier durch ich eigentlich nicht hoffen wir können es ausprobieren und ab in den süden die fliegen hinterher also hätte ich dann die fliegen hinterher und das video wird gesperrt dafür sind wir zu schlecht wir müssen ja ausgestiegen ach so ich wollte eigentlich kommt doch du kommst du nicht hoch jetzt gehen die gegner ein bisschen besser mit den waffen mach schnell 808 was machst du warum warum spielst du dann rum wenn ich da gerade was mach du asi siehst du geil ich will das ding haben deine mutter ja man ganz ehrlich wie geil ja wie nice was haben wir denn bewildigt guck nicht so lange da muss eine geile karra haben was geht ab und ich konnte deren system hacken und einen neueren plan rüber kopieren du kannst die also ab jetzt von überall ausdrücklich gestatten schwing deinen hintern jetzt zu pickeln aber gewöhn dich ruhig erst an das ding und check aus was es kann wie geil die kann das ding kannst du auch fliegen ne boah ich hab kein keben genommen ich hab das erste genommen boah die dinge sind ja geil wie geil das ist auch was für dich ne vielleicht mal ein bisschen rumspielen damit wie hoch man damit fliegt manchmal leider kannst du keinen anzug nach oben machen das ist schade ach komm ah wie geil ich feier das ding grad voll na 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 araus frische sauf wir müssen jetzt eher mit denen enthalten durch jetzt auf höchst der aus und er ja aber die ganze teil drauf geballert haben die arschbar Ja, wirklich.